Umsteigen in Rosenheim. Leider hatte ich nicht genug Zeit, dass ich auf die andere Seite des Güterzuges gehen konnte, die mein Hintergrund sieht. Das hat mich natürlich geärgert. Warum? Das zeige ich euch jetzt. Leider keine Zeit zum Entdecken. Aber da versteckt sich was Cooles. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ihr und die 220er.